Für Sascha und Emily kehrt nach dem Unfalldrama, der gefährlichen Suche nach Laura und der Geiselnahme im Krankenhaus endlich Ruhe ein. Sascha kann wieder als Personenschützer arbeiten und kommt auch Kate näher. Emily hofft, bald ein normales Familienleben führen zu können. Aber da hat sie sich wohl zu früh gefreut. Achtung! Spoiler! Denn eines hat Sascha noch lange nicht vergessen. Es lässt ihn einfach nicht los, dass Mohameds Mörder frei herumläuft. Emily spürt Saschas Zerrissenheit, hofft aber trotzdem, dass er mit der Vergangenheit abschließen kann. Wird er sich auf ein Leben mit ihr und Kate konzentrieren können? Ü-B-E-R-R-A-S-C-H-U-N-G-S-B-E-S-U-C-H Emilys vage Hoffnung zerschlägt sich, als es an der Tür klingelt und eine junge Frau nach Sascha fragt. Es ist Amina, Mohameds Tochter. Sie ist auf der Durchreise nach London und eigentlich nur nach Berlin gekommen, um Sascha zu besuchen und ihm persönlich zu sagen, dass Mohamed gestorben ist. Sie hat Sascha 20 Jahre lang nicht gesehen und ahnt nicht, dass er bereits Bescheid weiß. Ihr hat man gesagt, dass ihr Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Nun ist es Amina, die eine unangenehme Neuigkeit erfährt, obwohl Sascha nicht direkt mit der Sprache rausrückt. Ich verstehe, dass du sie beschützen willst, aber Amina ist erwachsen, findet Emily. Ich muss erst genau wissen, was los ist, sonst wird sie niemals damit abschließen, antwortet Sascha. Doch diese Strategie hält er nicht lange durch. Amina hat ein Recht auf die Wahrheit, das weiß er auch. Verlässt Sascha Berlin? Bei einem Kaffee im Wehreinsheim sagt Sascha schließlich die ganze Wahrheit. Dein Papa ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben. Er ist ermordet worden. Die Behörden sagen, er sei bei den Ermittlungen in einem Mafia-Fall ums Leben gekommen. Sascha erzählt auch, dass er Zweifel an dieser Version hat. Amina ist entsetzt und redet Sascha ins Gewissen. Du kannst das nicht zulassen. Wer auch immer den Mord verrückt hat, die dürfen nicht damit durchkommen. Amina will, dass Sascha nach Ägypten fliegt und den Fall aufklärt. Wird er Emily und Kate tatsächlich für Wochen oder Monate allein lassen, um Mohameds Mörder zu finden?